Miau! Herzlich willkommen zurück bei Kirbys Adventure! Nein, nein, das war falsch. Du musst nämlich erst sagen, Kirbys Dream... äh, nein, falsche Adventure. Verkackt. Sorry. Nein, alles gut. Moin, Schweizer. Moin, moin. Ich hab mir jetzt hier mal professionelle Hilfe geholt. Ich kann Kirby nicht alleine bewältigen. Ja, ich bin dafür jetzt da. Da brauchen wir einen, der sich richtig auskennt und der auch weiß, worum es hier geht. Um den ultimativen Schildkrötenfight. Soll ich hier jetzt reingehen? Ich trau mich nicht. Ja, geh hier rein. Die haut mal platt. Wie ging das noch so? Schildkrötensuppe! Oh nein! Hallo. Liegt drüber! Aber... Äh... Das... hab ich... Jetzt! Ja! Ah! Weg, weg, weg! Das ist so spannend. Klappt doch wunderbar jetzt. Ja, siehst du. Da muss nur der Schweizer hier sein und schon klappt das. Bang! Nicht, nicht, nicht. Einer geht noch. Aha. Nein! Ah! Der kann dir gar nichts. Das sagst du. Nein, aua! Aua! Das war schon krass. Ah, so wie immer. Das ist auch nicht so einfach hier mit zwei verschiedenen Sachen, die Kirby kann. Ja. Jetzt aber bang! Echt? Juhu! Juhu! Bravo! Sumo Kirby! Mhm. Geil. So. Weiter geht's. Ah ja, der ist okay. Ja. Der ist in Ordnung. Mach ich das lieber mit Kraft oder lieber mit... Ja, probier mal so einen Käfer dann, die er ausspuckt, ihn entgegenzuwerfen. Aber dann muss ich jetzt ja... Ja, bam! Ah, okay. Gut, aber damit kann ich ihn dann sich auch treffen. Ja, okay. Ja. Ah! Ja, du bist ja voll der Kirby Pro. Mist. Ja, Pro ist wohl etwa übertrieben, aber ich hab schon einige gespielt. Ich weiß gar nicht, warst du eigentlich schon mal bei mir auch mit dabei? Du warst ja auf jeden Fall bei Maddy. Ich glaube doch. Aber ich weiß gar nicht mehr, war ich im Spiel. Siehst du mich auch nicht? Aber es waren auch schon so viele. Das ist schon so lange her. Jaja, das stimmt sowieso. Oh. Nein. Oh, schade. Den zweiten hätte ich noch haben können. So, jetzt. Zack. Bums. Oh, ich bin aus Versehen einfach durch die Tür gegangen. Egal. Egal. Sumo ist eh besser als. Okay. Sumo, nein. Ich hab Angst. Oh, schick, schick, schick. Der ist scheiße. Nein, Achtung, jetzt. Jetzt. Ja, ja. Vielleicht nimmst du da besser die Sumo-Fähigkeit weg. Okay. Okay, das kann ich ja jetzt. Nein, gib mir die Schleim. Knallst du das von Latz. Ah! Ja, Bäm. Scheiße. Oh, ich hab auch nicht gespeichert. Das ist jetzt so ein Bereich des Spiels, wo ich am liebsten an jedem speichern würde. Nein. Das geht einfach nicht schnell genug. Du weißt ja, wie du rennen kannst, oder? Ja, manchmal klappt's. Äh. Oh, aua. Einfach die Bewegungstaste zweimal kurz antippen. Ah. Dann rennt er. Oh nein, jetzt macht er die bösen Sachen. Au. Wenn er dann da so von oben runter springt, kannst du unten durch. Ah, also dann gar nicht springen. Seinen Stern schnappen dann. Hm. Das klingt nach einem guten Trick. Klingt nach einem Plan. Das klingt nach einem Plan. Da ich nur noch ein Leben habe, speicher ich mal kurz. Hallo. So. Geil, weiter geht's. Ein Update Start. Okay. Jetzt kann der mir gar nichts mehr, der Wixer. Moin. Bam. Perfekt. Perfekt. Wuh. Da seht ihr mal, wie einfach man sich das Leben machen kann. So, soll ich den nehmen dann? Ja. Feuerball, Junge. Oh, oh. Schon fast oben. Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Ja, ein Stern. Siehst du, ich habe es noch nie geschafft, diese fliegende Untertassen-Fähigkeit zu kriegen. Ah, da hast du noch Gelegenheit dazu, da. Oh, schon geschafft. Ja, ich komme nie so weit. Ich weiß auch nicht. Du drückst, glaube ich, immer zu früh. Ach so. Du musst warten, bis die Plattform ganz unten ist. Ach, in Kirby's Triple Adventure ist das alles so schön einfach gemacht. Also Triple Deluxe, meinst du, oder? Genau. Das ist, glaube ich, so ein bisschen für Dover. Das ist auch ein geiles Spiel. Für Dover, aber es macht Spaß. Für Dover? Ja, ich finde irgendwie, es macht es sehr viel einfacher, was die alten Kirby's nicht so hatten. Ja, okay. Ja, das ist auch der Kritikpunkt bei den meisten. Ja. Kirby's, dass sie einfach zu einfach sind. Nein. Nein. Willst du eine Runde schlafen? Oh, jetzt ist hier... Ah, Feuerball wiederbekommen. Mit denen pennt man dann einfach. Ja, genau. Das ist ja lustig. Das ist ja die unnütze Fähigkeit. Voll die Power. Aua, nein. Na toll. Ach, ich kann mir... Ach, das ist ein Labyrinth. Ich dachte, das wäre nur Deko. Nö, nö. Boomerang. Boomerang. Na, die sind zu fies. Immer kaum habe ich was, dann nehmen die es mir wieder weg. Ja. Mighty Tomato. Zack. Das ist Frau Glöhr. Ach so. Die reinigt die jetzt hier. Ja, ich hätte ja gern... Ja. Meta Knight. Aber warum ist der manchmal lieb und manchmal nicht? Meta Knight ist eigentlich immer gut. Aber er testet Kirby halt einfach. Ach so. Ja, der Kampf war auch sehr fair gegen ihn. Das war auch cool. Ja, er war eigentlich zu einfach. Ja. Zu einfach, aber ich fand's schön. Oh ja, 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 ich glaub dir das. Oh, der war knapp. Aber der war noch. Achtung. Oh. Uff. Das war geplant. Ja. Ich weiß so, wie's geht. Zack. Zack. Bald ist Endkampf. Ist das dann... Ja, natürlich ist das wieder die, die, die... Ah, nicht ganz. Oh oh. Der kommt auch noch, aber... Ach so, ja, ich hab mir mit Sicherheit... ...den geheimen Kampf auch verdient. So gut wie ich war. Nein. Zack. Also hier ist es ja nicht ein geheimer Kampf wie in... ...Dreamland 2. Ach so. Ja, für mich ist das ja alles ganz blind. Hm. Ich muss jetzt dran denken... Ah, Mann! So. Schweb, schweb! Ähm. Ja, fast. Wie... ...dass ich sogar Evil Within durchgespielt habe, aber mit Kirby tue ich mich fast schwerer. Ist auch fantastisch. Ja, das war auch ein hartes Spiel. Ja, das war richtig gemein, stellenweise. Wer ist das denn? Flumiball. Flumiball. Der hatte übrigens auch eine Fähigkeit. Ach so. Ah! Wenn du mal testen willst. Ich nehme erstmal was mit. Ich verlier's ja eh gleich wieder. Obwohl, komm. Nein, er ist zu schnell. Respawned ja eh wieder. Ja, stimmt. Das ist echt fies hier in dem Spiel. Also das macht man auch einfach nicht. Ich bin ein Flumi. Das ist nicht sehr effektiv. Aber es ist in Ordnung. Die sind alle wertvoll. Ich glaube, es ist eine der unnützeren Fähigkeiten. So wie schlafen. Ich wollte jetzt schlafen testen, aber der Vogel ist so. Ah, der fliegt durch die Wand durch. Ja! Sehr gut! Laser war getarnt wie so'n... Ach! Nein! Er kommt wieder! Die Vögel! Unglaublich! Sind echt schlimm, die Vögel! Tornado! Lass ihn weg! Zack! Aber er kommt hier genau wieder! Schlechte Stelle! Scheiße! Never ending story! Also wenn du bei Tornado den Angriffsknopf triggerst, dann fliegst du davon! Nein! So ein Vogel! Vogel! Der Endgegner ist einfach nur so ein ganzes Level voller dieser Vögel! Ja! So, mein letztes Leben übrigens! Ja! Blummisch! Ich will nicht... Ah! Ah! Der kommt hier auch! Oh! Das ist so ein Druck, auf den man hier lasse! So! Also... Diesen Screen haben wir ja noch nie gesehen! Ne! Moin! Ja, ich geh ja schon! Regenbogenalpträume! Dreams! Die Karaoke ist ne coole Kraft! Was ist denn deine Lieblings-Power? Hm... Ufo! Siehste! Da kann ich nichts zu sagen! Das ist glaube ich die einzige, die du noch nicht getestet hast, außer schlafen! Ah! Ah! Ich wollte ihn grad einsaugen! Ah! Ich geh blicken an! Aha! Und weg ist er! Oh! Das hab ich aber als kleines Knüttelbild mit Hammer! Ja! Ja! Ja jetzt wach bitte wieder auf! Das ist ja super! Dabbercurvy! Ah! Nein! 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 Nein, nicht wieder! Aber... Warum schläft er denn dann auch direkt? Oh nein! Oh nein! Der Tornado! Au! Ja, so fühle ich mich manchmal auch morgens, wenn der Wecker klingelt! Ja! Es wär so'n Tornado über mich drüber gefahren! Das kennt jeder! Mein Bogenrang ist viel cooler als das Schwert! So, ne! Tschüss! Ja! Huich! Ah, Mann! Ach! Das ist ja... Diese kleinen rosa Knütteln, ne! Ja! Baller die weg! Wenn sie ja mal kommen! Jetzt kommen sie nicht mehr hier runter, weil dann hab ich Schiss haben! Leiner! So! Weg ist er! Du musst gerade erst mal gucken, wo ich bin! Ja! Wir sehen alle so gleich aus! Aber die sind auch ganz cool eigentlich! Die find ich lustig! Jetzt nicht mehr so! Ja, jetzt! Derfen sie! Oh! Weg sind sie! Oh! Nein! Er steht falsch rum! So schnell sieht man noch gar nicht wo man ist! Oh! So! Okay, damit kann ich umgehen! Das geht! Das kommt jetzt! Komm schon! So! Klein Kirby muss wieder fressen! Die machen auch Feuerball! Den gibt's öfter, oder? Ja! Wie komm ich denn da jetzt runter? Rutschen! Ja! Rutschen! Aber! Ja, das mit dem Rutschen geht auch nur manchmal! Das ist ja wirklich sehr seltsam! Ja! Das ist... Ah! Vorsicht! Ah! Uff! So! Hab ich gesehen! Dass man die da nicht totmachen kann, das ist auch einfach nur... Ja! Die sind in jedem Spiel unbesiegbar! Ja! Ich mag das nicht! Ja! Das ist ja auch... Die sind so wie die Manscha aus Mario! Ja! Stimmt! Ah! Hm! Nein! Ich dachte, der fliegt da ganz hoch! Ja! Nicht ganz! Puh! Das ist jetzt aber auch ein verdientes Ziel und so! Warten sie noch ein bisschen mehr! Ich bin immer so ungeduldig! Von nix kommt nix! Ja, das stimmt! Level 5! Ich bin elf! Oh nein! Die sind so... Ich muss nicht zu nah stehen bei denen! Zu nah ist aber auch relativ! Am besten rennst du durch! Achso! Rennen! Bam Bam Bam! Ah! Geil! Bisschen Verlust ist immer! Oh! Surprise Boss Ride! Ja! Really! Aua! Ich wollte ihn wieder einsaugen! Ich lerne das noch irgendwann! Hallo! Das war dein meist erzählter Satz in diesem Let's Play! Ich wollte ihn eigentlich einsaugen! Nein! Okay! Der hat mir aber noch keine Sterne gegeben, mit denen ich ihn... Am besten tust du seine Reifen einsaugen! Und machst dich selbst zum Reifen! Achso! Ach ne, bei dem geht's nicht! Das ist ja fies! Die Ausspuck, die kannst du nicht absorbieren! Aber du spuckst sie einfach wieder entgegen! Okay! Ich dachte das würde nicht gehen! Aber dann ist das ja... Doch! Doch machbar! Einer noch! Einer! So! Ja! Den kannst du jetzt! Ja! Hat er nix zu lachen! Und der Kleine da unten ist für immer da eingesperrt! Ja! Traurig eigentlich! Okay, wo bin ich? Wo ist er? Hier bitte! Hier lieber vorsichtig sein mit dem Reifen! Ja! Ja! Da hast du wohl recht! Nein! Schön drüber! Aaaaaaah! Hä? Ist das Wasser jetzt? Das Schwarze, oder? Nee! Oder war das ne seltsame Physik? Das war, glaub ich, ne seltsame Physik, weil ich versucht habe, gleichzeitig links oder rechts irgendwo auf Land zu kommen! Ich kann mit denen nicht umgehen! Boah! Ich krieg die nicht eingesaugten, die verfolgen nicht so lange! Ja, schnappst du dir dann einfach nen Feuerball und dann brennst du dich da durch! Ja, das ist nicht schlecht! Aber ich glaube, das machen wir morgen, weil eigentlich ist der Part schon vorbei! Oh, schon! Schon vorbei! Dann schauen wir mal, wie wir morgen hier durchkommen! Vielen Dank! Ja! Dass du mit dabei bist! Ja! Danke, dass ich dabei sein darf! Ja klar! Also ihr Lieben, hinterlasst ein paar Kommis und seid morgen wieder mit am Start! Oder ruft an! Ja! Genau! Ja! Tschau, tschau! Tschüss!